Wir sind Champions. Warum? Weil in uns ein Feuer brennt. Ein Feuer, das wir in die ganze Welt tragen. Von Athletin zu Athlet. Von Arena zu Arena. Von Mensch zu Mensch. Von einer Revolution, die wir mit einer Flamme gestartet haben. Zu den Weltspielen von heute. Bis zu dir. Sei dabei! Begegnung. Die Flugzeit. Auf Platz hb. Wo werden wir zusammenarbeiten? Bei der Bewegung ist die L-Mreche.